Du weißt doch, dass Alice nicht immer im Wunderland war. Sie fiel, fiel, fiel in ein ganz tiefes Loch. Genau, und ich war nicht immer hier im Raum. Ich bin wie Alice. Zuerst dehnen wir uns. Und wechseln. Mit Brie hat es sofort Klick gemacht. Mit ihr hatte ich den ganzen Film vor Augen. Das sind wir. Es ist die Geschichte einer Mutter und ihres Sohnes, die in diesem kleinen Raum leben. Uns wird erst nach und nach bewusst, dass ihre Situation nicht normal ist. Aber ich glaube eigentlich... Meinte ich doch die. Nein, die. Alles Willenssache. Wenn man nicht will, ist es nicht wichtig. Ich finde, Brie ist perfekt für die Rolle. Sie ist sowohl extrem instinktiv als auch emotional präsent. Sie ist phänomenal. Phänomenal. Ich habe viel über die Kraft von Frauen gelernt und wie extrem die Liebe einer Mutter ist. Als mir Grandma den gebracht hat, wusste ich, dass es mir bald besser geht. Du hast mich gerettet. Mich hat diese Magie immer wieder umgehauen. Ich ziehe meinen Hut davor, wie sie in die Rolle eingetaucht ist. Sie hat einfach diese unglaublich geerdete Ausstrahlung. Du wirst sie lieben. Was? Die Welt. Raum. Ab 17. März im Kino.